Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu der Epoche der Empfindsamkeit. Und die kann man ungefähr datieren auf den Zeitraum 1740 bis 1790. Und richtig, viele von euch, oder hoffe ich zumindest, erkennen, dass das auch die Zeit der Aufklärung war. Und hier ist ganz sicher festzuhalten, dass es keine Gegenbewegung war. Sondern eher eine Vervollständigung oder eine Ergänzung zur Aufklärung, weil nämlich in der Aufklärung es vielen Leuten zu rational war. Ich schreibe das hier mal eben zu Ende, eher Ergänzung zur Aufklärung. Es ging also in der Aufklärung sehr rational zu, man wurde immer darauf aufmerksam gemacht, nutzt euren Verstand, bildet euch weiter. Und da gingen die Gefühle halt irgendwie ein bisschen flöten. Und das Bildungsbürgertum hatte halt Angst in dieser Zeit unter anderem, dass die Obrigkeit, die in die Unterdrückung abdrängen wäre, also, dass die Obrigkeit die unterdrücken werden wird und fand somit die Flucht in die Empfindung. Und konnte damit halt sich ausdrücken und quasi flüchten, sich vor dieser Unterdrückung der Obrigkeit flüchten. Das also nur vorab, dass es ganz klar ist, dass es keine Gegenbewegung zur Aufklärung ist, sondern eher eine Ergänzung. Und das ist einfach, dass vielen Leuten des Bürgertums einfach die Empfindung, die Gefühle gefehlt haben und deswegen eine zusätzliche Strömung, Epoche sich gebildet hat, die man Empfindsamkeit nannte, nennt. Der Begriff Empfindsamkeit kommt von Lessing, der in der Aufklärung sehr vorherrschend war. Und jetzt habe ich es Englisch geschrieben, so, Lessings Verdeutschung, nenne ich es mal. Der hat das, also das Wort Sentimental aus dem Englischen übersetzt mit Empfindsam, also eine Verdeutschung quasi. Und deswegen heißt diese Epoche hier Empfindsamkeit, Lessings Schuld. Die Literatur der Empfindsamkeit ist durch viele Sachen geprägt, die alle immer was mit Gefühlen zu tun haben. Ist klar, es ist ja die Zusatzbewegung quasi zur Aufklärung. Und zwar haben wir da so Schlagwörter wie Pietismus, wie Gefühle, habe ich gerade schon gesagt, in sich gekehrt, soll ein kleines G sein, G, Kehrtheit, Freundschaft und Natur. Diese Themen kommen halt in der Literatur relativ häufig vor, in der Empfindsamkeit. Und da ist jemand ganz Wichtiges am Start, und zwar der Klopstock. Der hat mit seinem Epos der Messias eigentlich so den Höhepunkt der Empfindsamen-Dichtung erreicht. Das war, man kann es nicht so genau festlegen, 48 bis 73, irgendwo dazwischen in der Zeit ist es erschienen. Und das ist also ein biblischer Epos, der halt alle diese Sachen auf einen Höhepunkt der empfindlichen Dichtung bringt. Dazu gab es dann auch viele Oden, also nicht nur Epen, sondern auch Oden. Die bekanntesten sind dann auch wieder von Klopstock, also die frühen Gräber zum Beispiel oder die Frühlingsfeier. Das sind alles literarische Werke, die auch die Empfindsamkeit der Zeit relativ gut wiedergeben.